Einer! Oh ja, noch einer los! Der da! Nice! Nein! Invaluant ist rechts! Klick direkt! First! Alter, sorry! Ja, okay, der hat auch... Okay, Jungs, Jungs, wir sind uns einig. Der hat jetzt auch so gehabt. Nee. Nein, nein! Links! 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 Ja, ein Drehlicht, ein Head-On, passt schon! Ja, bist du B, ne? Ich dachte, da kommt von der anderen Seite noch einer reingepusht. Anders! Und? Connector? Nico, hallo? Ja, ja, warte mal! Hallo! Nico! Nimm das! Da! Ah! Gute Molly! Nein! Ah! Ah, passt! Hihi! Guter Molly, du Idiot! Runboost! Wenn ich lande! Leute! Das ist schon wieder so ein Speicherer in der letzten Runde, Alter! Ich hasse die! Jetzt mal nur noch einer Knife und der Rest geht auf den Sieg! Ich gehe auf Knife! Beide mit Knife! Wollen die mal Bombe ab! Nein! Hehehe! Hihi! Ach, halt noch dein Maul! Das ist die falsche Waffe, Alex! Hallo! Defuse vielleicht schon, ne? Ich weiß nicht, ob es gehört ist. Hast du ihn gesehen? Oh nein! Oh nein... Links? Links? Da geht's! Was? Ist das ein da rangeekt oder nicht? Ist das ein kill oder nicht? Nicht einmal getroffen! Nicht einmal! Offen getroffen! Schlecht, Alter. Ich muss grad sagen, ich glaub das war sehr knapp. Naja, nix knapp, Alter. Wird durchgezogen. Mindestens 2 Sekunden waren's noch. Ich konzipere dich als knapp. Oh, nein! Ich kann ja nicht viel, aber der ist gar nicht gut. Nice. Life den, life den. Nice, beide. Wir schießen, Alter. Wir schießen, Alter! Das ist doch sehr nice. Soll er, dann hol doch das Knife auch raus. Der ist 25 auf dem Spot. Ah, Yannick, du kommst die ganze Zeit so rein, da kannst du dich gar nicht konzentrieren. Ohhhh! Danke, Lucky. Gute Calls! Ja, Alter! Was ist denn los? Noch eine! Der ist Ninja! Lass dir mich nicht stechen, bitte, Lucky! Oh, Lukas! Stech den Steffen! Ich hab keine Angst, dass ich den Stechen abschieß. Aber die Ecke, wo er halt stand! Nein! Nein! Jetzt schießt er ihn ab, Alter! Du bist so ein Pfanz! Oh, Mann! Heaven, hinten. Auf dem Oil Drain! On-Spot einer! On-Spot letzter! Defuse! Wo bist du? Wie geht euch das? Das ist ja nice! Aber ihn, er hat's auch nicht gesehen. Es lag so hart, Alter! Oh, der ist weg! Oh, der ist weg! Hallo? Hallo? Will Zeit, Yannick? Das ist Zeitspiel! Nicht schlecht, der Kerl! Nicht schlecht! 3 gegen 2 Ja, danke! Drück den weg, Mann! Der war doch schon Tau... Also... Ja, Mann! Es war nur aus der Drehung! Ich wusste ja schon! Ja, ja, ja! Warte! Warte! Spiel auf Zeit! Wie der Molly! Ey! Der Spiel doch auf der Leine, oder? Ja! Haben Sie es irgendwie aus? Lass doch mal den Flächer los! Lass doch mal den Flächer los! Wir haben das versuchen zu können. Ich glaube, die anderen 2 waren auf dem. Nein! Ich habe doch Wanne davor gespielt! Ja, nee! Wann wir zusammen irgendwo pushen mal? Wann wir eh sparen? Super Tobi, geil gespart! Ich bin mein Main! Sorry! Sorry, Coach! Was machst du noch? Der war Biller! Kann ich mir hinter denen quasi rauskommen? Und Scouts und gehen auf der Türplatte! Ich bin mir leider nicht sicher! Ich bin mir leider nicht sicher! Ah, danke! Der wirst nicht! Kitzel! Kitzel! Was ist denn los? Wie viel Hits hatte der? Drei? 36 in eins Ist denn ein Hitsch? Was ist denn los mit der? Schon 80 Stunden gefressen, Alter Einfach, dass der Duhl auf den Zahm hat Nein! Nein! Schalker Das hat aber nicht geklappt Heutzutage müssen wir auch neutral sein Neutrum Was sind denn die? Was ist der Duhl? 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 Denny! Mach ihn weg! Ach so, da kann man immer hochschauen, was ist denn das für ein Bullshit? Oh, wie er zittert Was ist der Duhl? Was ist der Duhl? Was ist der Duhl? Der ist ja unten Wie, ich hab den einmal getroffen Wie, ich hab den einmal getroffen Was ist der Duhl? Ja, jetzt drauf, oder? Hallo, hallo? Es gibt was? Mach das! Nein! Was muss ich da grad sehen? Naja, Tobi, ne? Hm? Safety not Welche Runde fandest du am besten, wo du überlebt hast? Ja, keine Die zu reinreiben musst, Janik Nicht so, dass du am wenigsten überlebter bist Natürlich, aber Tobi, die Tode Was glaub ich schon neu ist Lieber, lieber einmal Daumen gehen jede Runde und dafür fünf Kills machen Das ist ja ne Hey Tobi, servus Ciao Was? Wann das? Ich brauch Cover hinter dir und Cover Spring drauf, spring drauf Drumboost Alter Jetzt geht die Party los Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's Auf geht's, auf geht's, auf geht's Oh, ich bin so scheiße, Alter Nimm mich raus Junge, was macht der, Alter Auf geht's Auf geht's Auf geht's Na ja Na ja Speed hier ist slow. Glaub ich jedenfalls. Ja, weiß ich ja nicht. Ah, siehste? Oh, kann man so machen, Alex. Glaub ich. Pass. Ist der reingefrischt? Äh, überhaupt nicht. Glaub ich. Fisch. Der neu. Also, ich hab leider nicht alles gesehen, aber das war nach einem Legendary Backstab aus. Nein! Du, Alter! Morda und Unnütz, Unterheben. Brauch. Border und... Maschine, Alter. Obacht, mit dem Off eng gerechnet sind, Alex. Was ist das für einer? Mit der Glock, Alter. Ich hab's schon. Der letzte ist Arschlow, der dachte ab B. Oben, oben! Nice Shoots, Mann. Nice Shoots. Nein! Nein! Nein gespielt, Junge! Alter! Alter! Dann könnt ihr die Bombe mitnehmen, einer von euch, der begeht? Ja, ich bin's gleich. Nice. Guter Schuss? Ja, gut. Also, dann... dann nehm ich die Bombe mit, gell? Noch einer, Catwalk! Kommt, Charge! Oh, der ist auch schnell! Da hab ich die Bombe! Der hackt! Ja, oder? Ich hack! Ja, der ist... Ja, der ist... Ja, zu weint war ihm's... Jai! Irgendwann musst du mal anfangen zu's tapen, still. Eigentlich nicht. Ach, doch. Hinter dir, hinter dir, Staffen, hinter dir! Hinter dir, Staffen, hinter dir! Jetzt kannst du anfangen zu's tapen. Lebe noch einer, lebe noch einer! Oh, Mutze! Warte, Yannick! Warte! Jetzt lachst du! Ja, ja, ja. Dein Nose ist krank, glaube ich. Also, Nose Cup wurde erzählt, ne? Na klar. Oh, der war knapp! Nein! Oh! Scheiße, ich muss nachladen. Ja! Geil! Und ich hab mit dem Nose Cup getroffen! Yeah! Ja! Das war praktisch ein Team-Nose Cup! Keine Smoke! Einer oben, eventuell! Schaut CD? Ja! Was ist denn das? Das wird gross, ey, Alter! Was ist denn das, Alter! Muss 4 zu 3 stillen, dann schaut's wieder viel aus! Das schaut's genauso scheiße aus! Ich hab 4 zu 3! Was habt ihr das? Bei mir ist da einfach nur ein Kreuz! Warum die nicht mehr? Ja, das ist das Jesus-Kreuz, Alter! Du lustige, Alter! Bei deiner Puff ist auch zu sehen, wie ich nicht schieß! Was? Jetzt soll, äh... Erstes Mal funktioniert mein scheiß Mikro nicht! Und dann geht es tiefer, weil er ihn nicht weg! Und ich kann nicht mehr, Entschuldigung! Also ab, Tobi! Go, go, go! Oh! Töder!